Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Ihrem Video-Wunschfilm und wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Bitte beachten Sie aber, dass der nun folgende Film von der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft für Jugendliche nicht freigegeben wurde. Bitte sorgen Sie mit dafür, dass Ihre Kinder und deren Freunde keinen Zugriff zu diesem Film erhalten. Denn aktiver Jugendschutz im Videobereich lässt sich nur durch freiwillige Selbstkontrolle im Elternhaus erreichen. Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit darf ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen nochmals gute Unterhaltung wünschen. Ungeben von Papageien. Das wird wohl wahrscheinlich wieder so ein Fan-Art-Cover sein bzw. so ein Fan-Request-Cover. Dann sehen wir eine Karte von Gesamt-Wa no Kuni. Das heißt, wir sehen, wo die Hauptstadt liegt, wo diese einzelnen Bereiche liegen und wir sehen, dass Unigashima im Süden liegt. In der Story geht es mit Ruffy in der Mine weiter, wo ein Wächter mit einer Alpaka-Smile unserem Protagonisten droht, dass er nie mehr aus diesen Handschellen ausbrechen wird. Ja gut, haben die jetzt einfach ein bisschen besseres Seestein benutzt oder härtere Seestein? Da sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir daraus die Stärke des Seesteins bzw. wie man die Stärke eines Seesteins messen kann. Ob das einfach die Dicke ist, je mehr Seestein benutzt wird, desto besser ist er oder ein prozentualer Anteil zwischen Seestein und normalem Metall. Sind wir mal gespannt. Der alte Mann, der vor ein paar Kapiteln damals aufgetaucht ist, wird von einem Wächter mit sechs Beinen geschlagen und verschluckt irgendwas in seiner Panik. Ruffy kommt ihm mit Handschellen zu Hilfe, aber man sieht nicht, wie die Sache ausgeht. Am Ende des Kapitels kommt Queen in die Gefangene Mine. Wow, endlich sehen wir Queen in seiner völlig körperlichen Gänze. Vielleicht kriegt man auch raus, was er so ein bisschen drauf hat. Sind wir mal gespannt. Komischerweise, das Kapitel hat diesmal nur 15 Seiten. Sehr, sehr, sehr komisch. Und leider, 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 leider Gottes, nächste Woche gibt es wieder kein Kapitel. Naja, das waren auf jeden Fall die Spoiler zu One Piece Kapitel 934. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, schreibt eure Meinung dazu einmal unten in die Kommentare. Wenn ihr mal Livestreams sehen möchtet, könnt ihr das mittlerweile auch zum Beispiel auf, ich hasse es, spiegelverkehrt, auf Steam. Wenn ihr auf Steam auf ein Spiel klickt, das ich gerade spiele, seht ihr einen Livestream von mir. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der